Ja, liebe Freunde, ich nehme euch direkt mit rein in meine Vorbereitungen. Bitcoin hat es gepackt, oder besser gesagt, muss man wohl sagen, Trump hat es gepackt, ein neues All-Time-High zu schreiben mit Bitcoin, der erste Pro-Bitcoin-Präsident. Was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Unglaublich, was hier los ist. Wie gesagt, ich nehme euch hier mit in meine Vorbereitungen rein. Ich lasse die Kamera einfach mal laufen, während ich hier noch ein bisschen das Ganze versuche zu verarbeiten. Ich bin wie ihr heute Morgen aufgewacht und sofort Handy-Flug-Modus raus. Macht immer den Flug-Modus rein. Ist wirklich wichtig für euer Hirn. Ja, gucke in mein Portfolio. Also solche Zahlen habe ich ja lange nicht gesehen. Lange, lange nicht gesehen. Wir schauen uns an. Ganz wichtig, habe ich gerade mal kurz drauf geschaut, mein zweiter Blick auf die Liquidation Heatmap, was sich aufgebaut hat nach oben, wo die Reise hingeht. Richtig geil. Ansonsten sieht alles super aus. Wir gehen gleich rein. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee und dann würde ich sagen, nach dem Intro, Peace und so, ja. Bleibt alle schön gesund. Kommentar, Like, Abo zum bullischsten Mittwoch, den wir seit langem hatten. Also wie gewohnt, nach dem Intro. Peace. So, nochmal richtig ausrichten. Mikro vor die Futterluke und dann starten wir rein, liebe Freunde. Unglaublich. Es sieht wohl danach aus, dass Donald Trump klarführt vor Kamala Harris, was dem Bitcoin, den gesamten Kryptomarkt gerade zum Explodieren bringt. Der Kampf ums Weiße Haus ist fast schon entschieden. Denn wenn wir uns die Daten auch ansehen, wo Trump alles vorne liegt. Ich habe das gerade auf Twitter gesehen. Ich habe es wohl schon wieder zugemacht. Ja, entschuldigt. Deswegen, das ist fast live hier. Liegt Trump sehr, sehr weit vorne mit 250 Punkten oder Stimmen sozusagen. 297. Hier wird er sogar schon als Gewinner ausgerufen vor drei Stunden. Ich würde sagen, wir warten das Ganze noch ab. Aber es sieht wohl so aus, als ob Trump gewonnen hat. Was da auf uns zukommt, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall mega spannend, sollte Trump, wie es hier aussieht, Präsident werden. Die letzten Wahllokale haben sieben Uhr Ortszeit in den USA geschlossen. Bitcoin schreibt sein neues All-Time-High 75.400. Absoluter Wahnsinn. Er korrigiert gerade etwas wieder. Hier sehen wir es. Das neue All-Time-High ist gerade eine Stunde her bei 75.300. Naja, das schwankt immer mal von Börse zu Börse. Aber auf jeden Fall unglaublich. Auch die gesamte Kryptobranche verzeichnet enorme Gewinne. Ich habe hier mal auch durchgeguckt. Ihr sicherlich auch. Ach du Scheiße. Ich habe vergessen, die Bildschirmaufnahme zu starten. Also okay, dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Also Trump ist der erste Bitcoin-Präsident der USA. Wie es momentan aussieht, wenn wir uns hier auf Twitter die Zahlen ansehen. 297 Stimmen werden hier vor drei Stunden ausgerufen. Also ich glaube, das ist noch sehr vage. Aber ansonsten sieht es so aus, dass Trump auch in den Swing-States vorne liegt. Der Republikaner sichert sich einen Start nach dem anderen. Also es sieht wohl so aus, als ob Trump hier Präsident wird. Und damit schickt er Bitcoin auch auf ein neues All-Time-High von 75.400 US-Dollar. Absoluter Wahnsinn. Wir sehen uns den Kurs aktuell mal an. Wir korrigieren gerade etwas, was völlig okay ist. Das 24-stündige Handelsvolumen allein in Bitcoin. 102 Milliarden US-Dollar. Das neue All-Time-High ist etwa eine Stunde her. Vom 6. November, also heute in den frühen Morgenstunden. Absolut crazy, liebe Freunde. Und ich freue mich mega drauf, was jetzt auf uns zukommt in Sachen Krypto. Wo es hingehen kann. Wir sehen uns die Liquidation Heatmap auch gleich nochmal an. Ihr merkt schon, ich springe hin und her wie so ein Verrückter. Absolut positive Nachrichten für den Kryptomarkt. Das 24-stündige Handelsvolumen des gesamten Kryptomarkts 222 Milliarden US-Dollar. Das ist absolut geisteskrank. 2,5 Billionen US-Dollar. Der Markt jetzt schwer. Und wenn ich hier sehe, dass Dogecoin 22% macht, bin ich natürlich gleich auf meine Meme-Coins rübergegangen. Und seht euch diese Prozente an. Wahnsinn. Milkback 22, Mojai, absoluter Top-Performer in meinem Portfolio. Der hat sich nach vorne geschlichen. Soulsex, S-Doge auch sehr, sehr gut am Performen. Und die ganzen Meme-Coins um Trump sowieso. Trotzdem, liebe Freunde, ihr wisst es sicherlich, Gewinnmitnahmen werden hier kurzfristig kommen. Absolut. Denn hier haben auch die Market Maker ordentlich zugeschlagen. Wir sehen uns mal die Liquidation Heatmap an. Hier wurde nach oben alles wegrasiert innerhalb von wenigen Stunden. Was sich jetzt hier aber aufgebaut hat innerhalb von zwölf Stunden. Der letzten zwölf Stunden ist bei 75.900 liegen jetzt 116 Millionen US-Dollar. Also, liebe Freunde, der Weg nach oben ist jetzt frei. Was soll jetzt noch den Kryptomarkt stoppen? Auch wenn wir uns hier ansehen, die historischen Daten. Aktuell der November 6,28 Prozent im Plus. Wie gesagt, das wird jetzt höchstwahrscheinlich die nächsten Tage so weitergehen. Absolut verrückt. Aber es werden auch diese Gewinnmitnahmen wieder kommen. Und der Markt wird sich auch wieder beruhigen. Der Fear and Greed Index auf 70. Der wird jetzt in den nächsten Stunden natürlich nachziehen. Ich bin mega gespannt, was die Bitcoin ETF Inflows heute generieren. Das werden wir uns dann morgen natürlich anschauen. Also, liebe Freunde, es ist vollbracht. Bitcoin, das müssen wir uns gleich nochmal ansehen. Ein neues All-Time-High. 74.400 aktuell. Und ich kann mir jetzt, wie gesagt, gut vorstellen, dass wir vielleicht erstmal eine leichte Korrektur sehen. Wenn der Sieg dann wirklich handfest ist und Trump vereidigt wird, denke ich, werden wir weiter nach oben steigen. Ist erstmal meine Meinung. Natürlich, der Markt hat es positiv aufgenommen. Es hätte hier alles passieren können. Niemand hat gewusst, was heute Morgen passiert ist. Es ist absolut verrückt. Ich freue mich auch mega. Wir sehen uns nochmal die Newsportale an, ob es schon irgendwelche neuen Nachrichten gibt. Es gibt eventuell auch Hochrechnungen, was die Wahl bedeutet vor zwei Minuten. Das können wir uns nochmal anschauen. Das ist jetzt frisch reingeflattert. Und die in Krypto, also die kann man sich wirklich mal reinziehen. Die machen da wenig Hype drum. Die machen sehr gute Analysen. Der Kryptomarkt zeigt erhöhte Volatilität während der US-Präsidentschaftswahlen aufgrund politischer Unsicherheit. Blablabla. Wir beeinflussen die US-Wahlen den Kryptomarkt. Ja, aber wir schauen uns lieber nochmal die US-Wahlen an, was es da eventuell für neue News gibt. 267 Stimmen aktuell oder besser gesagt 68.385.000 Stimmen. 51% und 267 Mandate. Das ist schon crazy. Ich glaube, er braucht 270. Genau, hier steht es. Also Trump, ich lege mich mal fest, wird hier der neue Präsident der USA. Da kommen wirklich spannende Zeiten auf uns zu. Im Kryptomarkt hält er sein Versprechen. Feuert er Gary Gensler. Das wäre ja wohl das Beste, was uns passieren könnte. Und natürlich müssen wir uns dann auch die Frage stellen, wie geht es weiter für den Rest der Welt, für den Rest der USA. Ich hatte gestern auch mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit. Das ist völlig okay. Ich war ganz klar für Harris, für die Demokraten. Er sagt aber, ja, Harris, die ist für politische Verwerfung. Ich will jetzt das Wort K-R-I-E-G nicht in den Mund nehmen. Nicht, dass ich hier noch einen Chateau-Bann bekomme. Und die Steuern erhöhen. Aber wenn ich mir das republikanische Papier ansehe, das, wie sagt man, das Wallpaper, ich komme jetzt nicht auf den richtigen Namen, dann, ja, liebe Freunde, wäre mir Harris doch lieber gewesen, weil das erinnert an die dunklesten Zeiten unserer Geschichte, was Migration angeht, was die Rechte der Frauen angeht. Aber wir wollen jetzt hier kein politisches Fass aufmachen. Es geht für mich jetzt erstmal tendenziell nach oben. Sollte man Gewinne sichern, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da jetzt mal was rauszieht, ob er generell schon im Plus ist im Portfolio. Ich finde es eine mega spannende Sache. SUI 19%, unglaublich. Uniswap 32%. Da dürfte ich dann auch langsam mal wieder im Plus sein. Ich gucke jetzt mal durchs Portfolio. Vielleicht stoße ich sogar was ab und halte euch da auf dem Laufenden. Und sehr gerne auch bei X und bei Instagram folgen. Ganz, ganz wichtig. Da teile ich auch immer, wenn ich etwas verkaufe, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Aber vielleicht mache ich das heute. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, einen Like da. Eventuell mache ich heute nochmal ein Update, weil das Video kommt ja jetzt ziemlich zeitig. Ziemlich zeitig. Und wir sehen uns dann eventuell heute nochmal im Laufe des Tages. Supportet mich sehr, sehr gerne mit einem Kommentar, einem Like und natürlich kostenlos ein Abo. Würde mich mega freuen. Sehr, sehr geil, was hier gerade abgeht. Ich schaue jetzt mal, was das Netz noch so hergibt. Bleibt alles schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace begins. Peace insatires. Peace. ovich Euro Hess社 Prozent назад mit von